Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Die Vorgänger haben das wirklich überragend gerade gemacht. Er hat sehr gute technische Ansätze und ja, wir versuchen uns dran zu messen. Ja, sehr gut. Ein bisschen klein, ein bisschen leicht, aber wir schaffen das, glaube ich. Ist toll. Ja, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.